so hier sieht man jetzt meine neueste anschaffung ein speicher auszilloskop das nennt sich das dsu 138 und bei zusammenbauanleitung gibt es genug im netz ich will einmal kurz ein bisschen erklären wie es funktioniert das gibt es für 20 euro auf ebay 1 euro lieferung das heißt das ist irgendwie unglaublich billig das ist würde ich sagen das ist nicht das original sondern es ist ein klon das original kostet ungefähr 50 euro und aber ich zeige mal wie das funktioniert hier ist eine 9 volt stromversorgung standard gleichstrom wird eingesteckt in dem augenbruch drin ist fängt er gleich an lust zu starten da sieht man das ist die eigentlich aktuelle sache so da ist jetzt die da wird jetzt das signal angezeigt hier ist eine kleine briefschleife in die ich die signal klemmen wir einfach mal einfügen so in dem augenblick liegt jetzt hier ein ein kilohertz signal an man hat einen kleinen menübutton der ist hier den kann man mit dieser taste hier schalten und man kann weiter laufen lassen über die zeitauflösung über die triggerauflösung auto dann gibt es norm das läuft im prinzip wird immer jedes mal wenn eine aufsteigende absteigende flanke ist wird das signal neu gemacht und singen heißt und wir macht nur eine einzelne flanke stoppt dann automatisch geht auf holt holt ist das was man hier oben drückt das heißt dann kann man eine also praktisch aus von running im auto muss jetzt irgendwie auch auf holt gehen also das sollte klar sein plus also minus plus sind diese beiden tasten das heißt man kann hoch und runter schalten ich halt noch mal weiter durch das durch das menü durch das ist die steigende flanke das nächste wäre die fallende flanke die man dann irgendwie hier zum beispiel machen kann da sieht man gleich das spricht auf die fallende flanke um steigende flanke um tanken in die mitte geschaltet dann hat man dann hat man praktisch hier den die trägerspannung das heißt da nimmt er die spannung also dieser kleine dieses kleine dreideges leuchtet jetzt ist also in der spannung an der den trigger misst das nächste ist hier oben das heißt wo in der zeitachse wird die das signal gesetzt dass ich könnte es jetzt zum beispiel verschieben lassen um die nach vorne und hinten man sieht das dann irgendwie wie das funktioniert ich lasse es mal wieder auf die nullachse dann hat man einen den nächsten punkt das ist praktisch der nullpunkt momentan habe ich null also habe ich null volt auf hier unten gesetzt das signal ist 3,3 volt und man sieht dann um wie von die auflösung steht hier ein volt die ist eingestellt hier auf diesem schalter das ist hier am rand dem menü schalter kann man die volt auflösung einschalten ich stelle das mal oben um zu zeigen wie das von 1 volt auf 0,1 volt jetzt geht es gleich nach oben durch die decke oder auf 0,1 volt hoch geht und entsprechend genau wird das dann und außerdem kann man das signal nach vergrößern und verklaren und das ist mit diesem schalter also damit irgendwie die die voltempfindlichkeit hoch stellen hier wird die auflösung runter stellen das heißt also der einzelne strich ist momentan 1 oder der einzelne strich sind 2 volt oder der einzelne strich sind 5 volt und jetzt hätte man natürlich jetzt hier ein laufendes signal weil der trigger nicht mehr vorhanden ist ich schalte mal wieder um aber jetzt könnte man zum beispiel wenn man es hier so unten hat mal fünf kann man hier mit der spannung um wie einen hoch gehen und zack hat man irgendwie ein sehr schönes gerichtetes signal das ein bisschen höher ist so ich hatte das mal wieder zurück und schalte hier auch wieder auf mal eins das sind die das sind die punkte durch die man mit dem menü blättern kann nächstes menü ist wieder die zeitauflösung es ist klar 0,2 millisekunden 0,5 millisekunden das heißt längeres signal oder 0,1 dann wird das entsprechend kleiner jetzt sieht man irgendwie das sind 0,1 millisekunden pro strich das heißt wir haben 1 2 3 4 5 das heißt wir haben 0,5 millisekunden pro puls und wenn wir hier umschalten auf von dc auf ac also praktisch auf frequenz also auf wechselstrom dann müsste das zum beispiel auch die frequenz die jetzt hier irgendwie für dieses prüfsignal 1 kilohertz ist und da steht dann auch 0,5 millisekunden duty cycle so 50 prozent so das funktioniert alles ich gehe mal wieder auf dc man kann diese anzeige hier oben kann man an machen oder aus machen indem man die holdtaste länger als zwei sekunden drückt 1 2 zack ist es weg dann nochmal drücken damit das holdtaste weg ist und wieder 1 2 ist es da 1 2 dann ist er da und dann kann man den einen ausschalten es gibt dann noch die funktion dass man zum beispiel sagt wenn das signal nicht auf 0 ist dass wenn 0 volt nicht 0 volt entspricht dann könnte man zum beispiel während man hier drin ist kann man wenn man auf hold drückt das nullen also resetten diese dieses signal das sind aber eigentlich auch schnelle funktionen das ist ein hübsches kleines speicheroszilloskop geht von ein also von von ein 10 vielleicht 1 mili volt bis zu 60 volt es ist also nicht geeignet für 220 volt steckdosenstrom und so und hat natürlich auch nur einen kanal da ist ein prozessor drin das ist ein cortex m3 der source code von der version hier ist frei und ich habe es nicht gemacht aber das ding müsste an sich arduino mäßig programmierbar sein es gibt zwar hier ist ein programmier port also dieser usb port der funktioniert bei mir nicht ich vermute das sind keine 5 volts nur 3,3 volt die da dran liegen aber wenn man diese ports nimmt und dort ein ttl usb wandler anschließt das gibt es ja zu kaufen wenn man irgendwie adrinos herstellt mit adrinos bastel dann kann man so eine serie zu usb wandler mit solch einer steckleiste besorgen dann geht das auch hier ist übrigens genau so eine sache irgendwie für ein serie port ich weiß nicht ich habe es noch nicht ausprobiert wie die laufen diesen paar tasten diese taste habe ich noch vergessen das ist natürlich reset also da würde dann einfach noch mal wieder die einschaltgeschichte machen wir haben zwei drehpotentiometer die hier und dort liegen wie man sieht damit kann man mit dem unteren kann man die obere signalkante einstellen also hier oben die obere signalkante kann dann wenn sie nicht ganz eckig ist kann man sie damit scharf stellen mit dem oberen kann man die untere scharf stellen dass es nicht gerundet ist dass sie nicht überläuft sondern dass es irgendwie genau irgendwie hinkommt die obere hat bei mir nicht so richtig funktioniert die untere hat hervorragend funktioniert das ist auch alles erklärt und jetzt wie das läuft deswegen schenke ich mir das interessant ist dass dieser source code ich habe den bei mir wie gesagt runtergeladen und der kommt mit einer seltsamen idee die irgendwie so eine eigentlich sehr kommerzielle idee ist für die es dann eine lite version gibt ich habe sie irgendwie runtergeladen ich habe es noch nicht ausprobiert aber damit müsste man das ganze eigentlich noch anpassen können ich hatte eigentlich gehofft dass ich da noch ein paar ports darauf frei habe auf dem auf dem prozessor was ich aber nicht gefunden habe es gibt irgendwie relativ wenig was da wahrscheinlich noch reinpasst es gibt eine neue software für das ding weil die herstellerfirma die kämpft also gegen diese copycats oder diese gefälschten auszeleskope aber was heißt gefälscht das ist open source hardware open source software und wenn die einen das für 55 euro verkaufen die anderen das für 20 euro verkaufen dann stimmt da irgendwas am preismanagement von der eine firma nicht ganz und aber was man sagen muss wie man das auch immer sehen will ich würde das unbedingt empfehlen zu kaufen weil dieser bildschirm hier alleine kostet zum beispiel bei exp tech oder bei reichert irgendwie erst recht oder diese ganzen apotheken reichert konrad und so weiter kostet dieser bildschirm ich glaube 25 30 euro zwischen 30 und 40 euro und man kriegt das gesamte paket mit allem drum und dran für 20 plus 1 euro versand da ist so viel drin also das ist sehr gut ausgestattet es gibt ich habe zwei Widerstände übrig behalten bei der ganzen geschichte ein 1,5 k und 150 ohm widerstand die es gibt einen widerstand der heißt r11 also das ist der elfte widerstand wenn man ihn zusammelötet der ist original 1,5 k und in der zweiten version 150 wenn man die 1,5 k einlötet dann hat man hier sehr viel rauschen auf der leitung und mit 150 ohm kommt das genau hin ich habe die 150 ohm genommen aus es kam dieses ganze paket kam ohne anleitung ohne software ohne gar nichts das heißt das musste man sich alles raus holen aus dem netz des ursprünglichen herstellers also ja ich also das ist jetzt irgendwie so eine moralische frage sollte man jetzt den original hersteller und unterstützen würde ich gerne machen aber 55 euro ist da für unterstützten hersteller ein bisschen viel also das ist mehr als das doppelte von dem was die hardware hergibt an geld also die anderen die machen auch noch profit damit also das ist hervorragende arbeit das ist ein super projekt ich würde es gerne unterstützen und vielleicht bin ich also ich meine ich habe es nicht gewusst dass ich es gekauft habe dass es die kopie sein wird aber ich kann damit leben und ja das ist eigentlich auch schon alles man sieht dass hier diese diese probe also praktisch diese 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 sensoren um das anzuschließen das kommt alles mit das einzige was nicht dabei ist ist das 9 volt stromversorgung die ich jetzt irgendwo so eine standard stromversorgung genommen habe die man für alles nehmen kann ich glaube dass der dass sie nicht besonders sauber ist das kann man daran sehen wenn ich den abnehmen und mich selbst einschließen dann sieht man dass es hier anfängt zu wackeln und wenn man das mal ein bisschen anders einstellt dann sieht man dass das ja da hat man es das sind wunderschöne 50 hertz wenn man sieht und das könnte sein dass es von einer stromversorgung her kommt weil irgendwie also ich fasse jetzt einfach an die probe mit meinem finger dran und dann habe ich irgendwie so an 50 herzbomben drauf und das nehme mich an ist die stromversorgung ich könnte das noch mal versuchen mit meinem labornetzteil ob das dann sauberer ist das ist anzunehmen weil irgendwie das kann nicht sein dass ich selbst so brumme tja das war es eigentlich viel spaß wenn ihr euch das kauft ich kann es nur empfehlen wie gesagt der bildschirm ist alleine mit den mondpreisen die man dafür bezahlt und selbst wenn ich ein großer wenn ich groß begeistert bin bei expeche und viel kaufe und das für irgendwie echt einen tollen laden halte der hat diese ganzen sachen von adafruit und ist gut dokumentiert und so weiter kann ich nur empfehlen trotzdem die preise sind haben sich gewaschen wenn man das zum beispiel vergleicht mit dx.com wo es die sachen irgendwie teilweise für die hälfte billiger oder dreimal billiger gibt das ist also wenn man irgendwie viel mit arduino macht also für ein einzelnes projekt würde ich unbedingt empfehlen das so zu machen dass man das bei expeche oder oder reichet oder wie auch immer wo auch immer man das kauft kauft weil es da eben auch eine ganz mehr unterstützung gibt aber wenn man sich irgendwie von den dingern 10 20 stück kauft oder so dann macht das schon unterschied ob man für einen einzelnen adveno und wie was ich 15 oder 30 euro bezahlt oder vier ok viel spaß leute auf